Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest, es steht geschrieben, anzunehmen bei Lana Schreckensmehr in Aheros die schwarze Festung auf der Ebene Halle des Befehls. Nehmt die Quest gleich mal an und dann darf ich bei ihr selbst ein Vorschwungsauftrag starten. Hier kann man auf zwei erhöhen, ihr dürft zwei Aufträge gleichzeitig am laufen haben. Natürlich wird einer nach dem anderen abgearbeitet. Nun hier Arbeitsauftrag starten und dann darf man die Quest bei ihr wieder abgeben an derselbe Position. Ihr nachher wirst die schwarze Festung auf der Ebene Halle des Befehls. Hier sieht man die Position, hier unten auch die Koordinaten. Ich hoffe ich konnte euch helfen. Ciao!